Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Da rasiert mir noch ein paar Wehren und wirfen High ins Kolosseum, aber Gladiator 2 ist da. Es hat ja auch nur 24 Jahre gedauert. Ich bin schon alt und ich habe damals den ersten Teil im Kino geguckt. Ich weiß noch, als ich damals aus dem Saal gekommen bin, dachte ich mir, Mensch, toller Film. Ich hoffe, dass in einem Vierteljahrhundert eine Fortsetzung dazu kommt, die letztlich keiner braucht. Und diese Fortsetzung möchte ich gerne vorab sehen und dann möchte ich sie besprechen mit einer YouTuberin und einer Comic-Künstlerin. Und Leute, glaubt an eure Träume, sie werden wahr. Hallo Melanie, hallo Schlöcker. Moin moin. Was war das denn jetzt für ein komisches Geräusch? Schlöcker, geht es dir gut? Ja, Entschuldigung. Liebe Leute, so klingt Euphorie. Ich freue mich so, dass Träume wahr werden. Also kein Witz. Ich habe den ersten Teil damals wirklich im Kino geguckt an einem Samstagabend und war sehr beeindruckt. Jetzt ist es ja leider so, dass ich ja leider hier der Manitou bin, der Methusalem von uns. Aber mal kurz so ins Blaue gefragt, Schlöcker, der erste Teil Gladiator. Oder hast du ihn gesehen und wenn ja, was hast du so für eine Erinnerung daran? Also ich habe ihn gesehen natürlich und meine Erinnerung war, der ist episch. Der strotzt vor Ehre und man hat am Ende ein Tränchen im Auge und Job für den Phoenix. Ja, Job für den Phoenix. Melanie, ein bisschen Werbung sei gestattet. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wie Melanie den ersten Gladiator von 2000 findet, geht auf ihren YouTube-Kanal. Melanie Carly, da hat die Werte Frau vor kurzem ein Video dazu gemacht. Aber trotzdem ganz kurz und knapp, Melanie, Teil 1, top oder flop für dich? Also ich konnte ihn auf jeden Fall nicht im Kino sehen, weil da war ich noch nicht auf der Welt. Ja, danke schön. Oh mein Gott. Ja. Aber ich habe ihn jetzt letzte Woche gesehen und ich mag den wirklich sehr gerne. Ich dachte irgendwie, dass es direkt ein Fünf-Sterne-Film sein wird, wenn ich ihn sehe. Aber irgendwie war das nicht der Fall. Ich hatte irgendwie so eine Kleinigkeit, die mir gefehlt hat oder die mich gestört hat. Ich weiß aber immer noch nicht, was genau es ist. Aber trotzdem natürlich, also eine 4,5 von 5 Wertung. Es ist ein sehr, sehr guter Film und ich stimme dem zu, was Schlogger gesagt hat. Ich finde ihn wirklich auch. Also allein so viele Shots davon sind so wunderschön. Und ich finde Ridley Scott kann sowieso eigentlich immer ganz gut auch so Schlachten und so Kampfsequenzen inszenieren. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, wie er es hier macht. Ja, müssen wir auch darüber reden, ja. Aber ja, wirklich, finde ich, muss man vielleicht wirklich gesehen haben. Ist so einer dieser Filme, finde ich. Und als du den jetzt abgeschlossen hattest, den ersten Teil, hattest du dieses Gefühl, Mensch, also jetzt will ich wissen, wie es weitergeht? Oder war das für dich einfach eine Geschichte, die einfach beim Abspann den Endpunkt erreicht hatte beim ersten Teil? Ja, absolut. Absolut. Okay. Das war jetzt so eine Suggestivfrage, merke ich gerade. Aber egal, Schlogger, wie war es bei dir nach dem Teil 1? War es bei dir auch klar, okay, da kommt noch was oder es muss noch was weiterkommen? Oder war dir auch so, okay, die Geschichte von Maximus ist eigentlich zu Ende? Also, ich glaube, als der im Kino lief, da war ich 14 und da hatte ich keinen größeren Wunsch, als dann später als fast 40-Jährige eine Fortsetzung zu sehen. Oh, das klingt so alt, oh Gott. Nein, natürlich nicht. Das ist das perfekte Ende für die Geschichte. Wie fandest du es denn, Stur? Du hast ja schon gesagt. Also, mal ein bisschen draußen, ich finde halt, also, für mich hat der erste Gladiator über die Jahre so ein bisschen was an Reiz verloren, aber es ist immer noch ein sehr, sehr guter Film, der, ich frage mal, ich prognose, dass wir vielleicht am Ende auch zu dem Ergebnis kommen, dass die erste auch immer noch dem zweiten vorzuziehen ist, wir werden sehen. Aber der hat halt wirklich so, der ist erzählerisch, ist der Ast rein. Der fängt an, der hat einen Mittelteil, der hat ein Ende und am Ende gibt es für mich auch keine offenen Fragen mehr. Und wenn es da noch offene Fragen gibt, dann sind die in der Hinsicht halt in einer positiven Art und Weise offen. Ich bin ja ein großer Fan davon, zum Beispiel bei Star Wars, einfach lass die Figuren ziehen. Ich muss nicht noch wissen, was Obi-Wan irgendwie nach der Aerobic-Stunde noch macht. Das muss ich nicht wissen. Diese Geschichte ist für mich beendet und da war es auch bei Gladiator und ich fand es total spannend, dann über die Jahre immer wieder zu sehen, wie dieses Thema wieder aufkeimte, Gladiator 2. Es gab ja zig Ideen, zig Drehbuchentwürfe wurden geschrieben. Am kuriosesten gilt ja der Drehbuchentwurf von Musiker Nick Cave, der die Geschichte ins Elysium verlagert hat, wo dann eben Maximus gegen irgendwelche böse Geister kämpft. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Also die hätte ich mir, glaube ich, lieber angeguckt als, naja gut. Die wäre auf jeden Fall innovativer gewesen. Ja, und wäre offensichtlich auch abgegrenzter von Teil 1 dann gewesen. Ja, absolut. Ja, total. Aber habt ihr denn in den letzten Jahren, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht so richtig im Gladiator-Game drin seid, immer wieder davon gehört, dass es da Gerüchte gibt und gemukelt wird, es könnte vielleicht jetzt doch ein zweiter Teil kommen? Nein. Ich auch nicht. Guck, schnell abgehakt. Ja, also ich bin halt sehr gespannt, wie hier aufgenommen wird, weil in letzter Zeit ist es ja so, dass gerade sehr späte Sequels, also wir haben jetzt dieses Jahr Beetlejuice, Beetlejuice gehabt, der sehr erfolgreich war. Wir hatten Top Gun Maverick, der sehr erfolgreich war. Indiana Jones, der nicht ganz so erfolgreich war. Der nicht ganz so erfolgreich war, das stimmt, ja. Aber da ist, glaube ich, die Wartezeit zwischen Teil 4 und Teil 5, glaube ich, auch nur zehn Jahre gewesen. Bei Beetlejuice waren es 36. Und Blade Runner? Blade Runner waren, ja, auch viel. Ja, aber der war auch nicht dieses Jahr, der ist ja auch schon zwei Jahre her, oder? Nein. 2009? Das kann sein. Was ich damit sagen will, es gibt halt wirklich sehr viele Projekte, also so Fortsetzungen, wo ich immer denke, ja gut, das kommt eh nie. Am besten Beispiel dieses Jahr war The Crow. Das Reboot war seit 20 Jahren irgendwie in der Entwicklung und so dachte ich, der kommt nie. Und dann war er jetzt halt da. Und genauso war es mit Beetlejuice, Beetlejuice und genauso war es jetzt mit Gladiator 2, der wieder gedreht worden ist von Ridley Scott. Der Wertemann ist 87 und, ähm, toi, toi, toi. Ich hoffe, er wird noch lange durchhalten. Melanie, welche Verbindung hast du zu Ridley Scott? Also ich hatte heute einen Alien-Pullover an. Und, ähm, ja, ich würde auf jeden Fall sagen Alien. Ähm, jetzt natürlich auch Gladiator. Und, ähm, hier, ich habe auch letztes Jahr von ihm Napoleon gesehen, der für mich halt sehr okay ist. Also das Beste, was, also das Beste an dem Film für mich waren tatsächlich so die ganzen Schlachtsequenzen. Wie gesagt, ich finde Ridley Scott kann das meistens sehr, sehr gut. Ähm, ja, und das war's. Also ich weiß nicht, Napoleon war jetzt zum Beispiel so ein Film von ihm, der ist, den habe ich irgendwie so richtig vergessen. Geht mir ähnlich. Also, es gibt ja mittlerweile auch diesen Directors Cut. Und ich weiß noch, dass mir die, die Kinofassung vorkam wie ein sehr langgezogener Trailer für diesen Directors Cut. Ja, absolut. Aber ich würde jetzt auch lügen, wenn ich behaupten würde, ich hätte jetzt ein großes Interesse, den Directors Cut noch zu gucken. Weiß nicht, das ist für mich auch so. Ich auch, ich hatte sogar die Möglichkeit, weil ich hatte jetzt letztens Apple TV gehabt, aber ich, boah, keine Motivation irgendwie nochmal den Film zu gucken, ich weiß nicht. Ja, ja. Aber vielleicht würde uns Schlachter jetzt Lügen strafen, weil Schlachter natürlich der größte Ridley Scott Fan ist, den wir gerade hier sozusagen hier vom Mikrofon haben. Na klar, also ich habe gerade nachgeguckt, ich glaube, ich habe alle neun Filme von ihm gesehen. Ich habe hier Martian gesehen, The Last Duel fand ich gut, ich fand auch Home, äh, Home House of Gucci okay und, ähm. Ach, der ist auch von dem? Ich mag sehr gerne den Robin Hood mit Russell Crowe, den habe ich als Kind sehr oft geguckt und ich hatte auch in meiner ersten eigenen Wohnung American Gangster in meinem DVD-Regal. Uh. Uh, damals hatten die Freundin noch einen DVD-Player. Ich habe auch gerade Blade Runner vergessen irgendwie. Ja, die kann man mal vergessen, der ist nicht so wichtig. Der wichtige Film. Ich kenne Simon-Louis zum Beispiel gar nicht, der steht noch auf dem Film. Der ist sehr gut. Der ist sehr gut. Also, äh, ich möchte nicht sagen, ich habe ein Problem mit Ridley Scott, aber ich finde, man merkt halt eine Sache und zwar, der Mann hat so seine Maschinerie. Der schafft es halt wirklich alle zwei Jahre so einen Film rauszuhauen in der Größe eines Gladiator 2 oder eines Napoleon. Ähm, und es gibt ja auch so diese schöne Geschichte, dass er mal gesagt hat, eigentlich dreht er immer nur einen Take. Und, ähm, das machen andere große Regisseure auch, zum Beispiel Clint Eastwood, aber Clint Eastwood dreht ja meistens mehr so intime Dramen, wo es darum geht, dass jemand, äh, nicht auf den Rasen treten darf und dafür als Dank für ein Auto geschenkt bekommt. Und Ridley Scott dreht halt halt mehr so, ja, Material schlachten mit historischem Setting. Ähm, und wie gesagt, ich, ich möchte nicht wieder vorweg greifen, aber das ist für mich zumindest hier ein Problem. Aber, jetzt haben wir so viel um heißen Reihe geredet, es wird Zeit, dass wir jetzt wirklich uns kümmern, darum kümmern, wie finden wir Gladiator 2, der ab dem 14. und wenn man in den Kinos läuft. Wer von den beiden hier anwesenden Damen möchte, den mal kurz beschreiben, worum es in Gladiator 2 geht? Wir, ähm, verfolgen Hanno, der in, wo ist er, in Numibien oder so, das ist irgendwo, wäre jetzt das heutige Nordafrika und wird dort angegriffen, verletzt und als Kriegsgefangener verschleppt. Dort von Denzel Washington als Gladiator aufgenommen und kommt auf diesem Umweg dann nach Rom. Und eigentlich ist es fast die gleiche Geschichte wie Gladiator 1, nur dass es nicht um Maximus geht, sondern eben um Hanno, der aber dann auch noch eine Vergangenheit hat, die, äh, dann, die in den ganzen Zusammenfassungen, die man im Internet lesen kann, schon aufgedeckt wird, im Film aber irgendwie so gehandelt wird, als wäre es total geheim. Wie gehen wir damit um? Ich für meinen Teil würde sagen, wir müssen es jetzt hier nicht, ähm, erklären oder, oder sagen, was seine Vergangenheit ist, äh, wer zwei und zwei zusammenzählen kann, kann es sich denken. Ich fand's auch, das kann ich gleich vorweg sagen, auch echt ein bisschen dämlich vom Film, dass er so tut, als wäre es ein großes Geheimnis. Das hat nämlich die, den Reveal nur noch ein bisschen Seifenopiger gemacht, nenn ich's mal, ähm, aber ich glaube, wir können, wir können das hier auslassen. Also, der große Reveal, wer dieser ominöse neue Gladiator wirklich ist, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, das wird in den offiziellen Pressetexten schon, glaube ich, auf dem zweiten Satz enthüllt. Überall, in allen Zusammenfassungstexten, das hat mich total genervt. Äh, im Trailer weiß ich's gerade nicht, aber, also ich für meinen Teil glaube, wir können das hier besprechen, ohne diesen Reveal zu offenbaren. Es ist für mich auf jeden Fall ein negativer Punkt, also. Pass auf, wir können's jetzt mal so machen, wir schauen, wie weit wir kommen, und wenn wir danach das Gefühl haben, okay, wir wollen nochmal über diesen einen Reveal sprechen, dann machen wir nach und vorhin doch einen kleinen Spoiler-Part. Ja, oder wir sprechen drüber, weil's ja anscheinend kein Spoiler ist für, für die Leute, die den Film bewerben. Das haben wir hier zu entscheiden, was hier Spoiler ist oder nicht, so. Okay, ähm, aber darum geht's auf jeden Fall. Um Paul Meskel, der eben Hanno spielt, und Denzel Washington, der, wie heißt der Typ, Makrinus spielt, und die dann eben in Rom auf alte Bekannte und Petro Pascal treffen werden. Wo fangen wir jetzt an? Ähm, erstmal danke, Schlocker, für deine, äh, Synopsis. Pass auf, ich, ich fang mal mit dem, mit dem technischen Zeug an. Dieser Film sieht unglaublich, nicht hässlich aus, aber er sieht unglaublich digital aus die meiste Zeit, was dazu führt, dass selbst Szenen, die, die eine gewisse Epik vorgaukeln, nie wirklich episch wirken. Ähm, wenn ich das vergleiche mit dem ersten Teil, und wir werden, glaube ich, sehr oft wieder, äh, darauf zurückgehen, dass wir sagen, ja, aber in Teil 1 war's so, oder Teil 1 hat's besser gemacht, ähm, aber Teil 1 sah halt wirklich toll aus. Melanie hat's ja gerade eben schon gesagt, der hat so eine gewisse, äh, auch so eine gewisse Wuchtigkeit in seinen Bildern. Wenn da die beiden Armeen aufeinander prallen, da merkst du aber auch, dass es darum was geht, da ist eine Energie drin, die dich auch so ein bisschen mitreißt. Und ich sag's ganz ehrlich, bei Gladiator 2, ich hab mir das heute angeguckt, zweieinhalb Stunden lang, und ich habe, ja, wie soll ich sagen, so ein, es klingt jetzt sehr emotional, aber ich hab nichts gefühlt. Da kam nichts rüber für mich. Melanie, wie war's bei dir? Boah, ähm, was ich zum Beispiel richtig toll auch in Gladiator fand, also, da hab ich wirklich sehr ausführlich drüber gesprochen, über die ganzen Bilder, allein wie oft zum Beispiel sowas wie Symmetrie benutzt wird, oder, ähm, ich hab gesagt zum Beispiel, die Bilder sind so atemberaubend, und so wunderschön, du kannst dir das direkt als ein Poster auf die Wand hängen. So irgendein Bildausschnitt jetzt aus dem Film, ähm, oder auch zum Beispiel, was ich auch richtig toll fand, war, wie das, wie Licht genutzt wurde in Gladiator, das, das steckte auch immer so viel auch nochmal hinter, also, du hast wirklich das Gefühl gehabt, hinter jedem Bild steckt auch nochmal so eine tiefere Bedeutung, gefühlt. Ähm, und hier fand ich auch leider irgendwie, also, es gab schon ein paar schöne Bilder, also, ich finde, der Film sieht jetzt auch nicht hässlich-hässlich aus, so, ähm, er ist eigentlich auch gar nicht so schlecht gefilmt, aber, äh, ich stimme dir total zu, es hat mich irgendwie auch wirklich kalt gelassen, also, wenn ich das wirklich vergleiche, ähm, da, das, ich muss aber sagen, das ist generell ein Problem des Films, dass er mich generell auch von seiner Geschichte und von seinen Figuren her emotional kalt lässt, und das transportiert irgendwie auch die Kamera eben so rüber, ähm, finde ich spannend irgendwie, also, ich habe das Gefühl, das ist mehr so eine Distanz und da fehlt irgendwie so ein bisschen, es ist vielleicht gemein, das zu sagen, aber irgendwie so ein bisschen das künstlerische Auge nochmal, so, also, das fand ich im Teil 1 viel prägnanter. Ja, ich finde auch, also, der Film heute, Gladiator 2, wir haben ja heute gesehen, ich finde, der wirkt nicht hässlich, das ist, als würdest du so ein Toast mit Butter essen, das schmeckt okay, aber wenn du dann im Vergleich dazu ein Sauerteigbrot mit Salzbutter hast, dann da reinbeißt und dann merkst du erst, wie, wie lame eigentlich dieses Toastbrot schmeckt und das hättest du nicht gemerkt, wenn du den Vergleich nicht hättest und deswegen finde ich den Film an sich jetzt nicht so scheiße, aber wenn du halt weißt, was da an Potenzial auch noch vom gleichen Regisseur möglich wäre, dann ist das schon ein bisschen frustrierend. Ja. Ja, ich sagte ja schon eben, dass Matthias Kotz über die Jahre jetzt so eine Art Maschinerie aufgebaut hat, dass er quasi von Film zu Film hechten kann und dann schnell abarbeitet und ich finde, das merkst du bei Gladiator 2 auch, da wird irgendwie nichts davon wirklich mit einer gewissen Finesse gemacht, das wirkt alles so hingestudert, zwar in einem gewissen Rahmen wirklich solide und gut gemacht, ja, also es ist jetzt nicht so, dass der Film katastrophal aussieht oder so, aber für mich fehlte da immer was, also dieser künstlerische Anspruch, der war für mich nicht vorhanden. Ich möchte nämlich sagen, dass Ridley Scott da keinen künstlerischen Anspruch investiert hat, aber für mich habe ich da nichts rausnehmen können und ich war halt auch wirklich baff, wie kalt mich das gelassen hat und ich sage jetzt etwas und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Ich weiß, was du sagen wirst. Du willst sagen, dass dir Paul Meskel in diesem Film nicht gefallen hat. Dann sagst du, Schlucker. Ja, genau das möchte ich sagen. Ich finde nicht, dass der schlecht spielt, aber ich finde, er passt in diese Rolle nicht rein. Und um das klarzustellen, Paul Meskel ist für mich einer der besten Schauspieler, der aktuell rumläuft. All of Us Strangers, Aftersun, der Typ ist für mich heilig gewesen. Aber das war jetzt wirklich für mich das allererste Mal, dass ich gesagt habe, sorry Paul, aber ich nehme dir das nicht ab. Ja, ich musste beim Film so an dich denken, weil ich mag Paul Meskel auch sehr gerne, auch bei den beiden von dir genannten Filmen. Aber hier, der hat mich total irritiert. Der hat gar nicht in die Rolle gepasst und ich habe mich dann auch gefragt, was die beim Cast wohl gedacht haben, was er ausdrücken soll, was bei mir aber gar nicht ankommt. Also mir ging es zwar genauso wie dir. Ich glaube, also ich denke, es liegt halt wirklich daran, wie die die Figur geschrieben haben. Weil, also es tut mir leid, dass ich jetzt die ganze Zeit einen Vergleich ziehen werde zu Gladiator 1. Manche Leute mögen das irgendwie nicht, wenn man das macht, weil die sagen dann irgendwie, du musst das als eigenständigen Film betrachten. Das wurde mir manchmal auf YouTube geschrieben. Aber ich finde, ich finde es schwierig, irgendwie nicht den Vergleich zu ziehen zu Gladiator 1. Sorry Ben, aber du kannst den ja auch nicht weglassen, weil der zweite Teil ja wirklich teilweise penetrant immer wieder auf den ersten Teil zurückkommt. Eben, das auch. Also das macht er ja sehr oft mit irgendwelchen Zitaten allein schon. Und dann eben noch eine andere Sache. Also, aber, was ich, ja, ich, also das Problem war zum Beispiel, mein großes Problem mit unserer Hauptfigur ist ja jetzt, dass ich keine emotionale Bindung zu mir aufbauen konnte. Einfach aufgrund der Art und Weise, wie er geschrieben ist. Und ich glaube, es liegt vielleicht auch irgendwie an dem Schauspiel, weil, ich weiß nicht, Russell Crowe, der hatte, der hatte was, das hat mich sehr fasziniert. Der, diese Art und Weise, wie er seinen Charakter dargestellt hat, das war irgendwie so, der war so bescheiden, der war so, ähm, der war so komplett, diese ganze Macht und, ähm, Macht und diese Spielchen und alles, was da gespielt wird, das hat ihn gar nicht interessiert. So, er, er war so richtig, er hat diese simplen Sachen geliebt, wie zum Beispiel einfach seine Familie und sein Zuhause und quasi, dass er seine Pflicht erfüllt, also er war sehr pflichtbewusst auch. Und ich finde, wie Russell Crowe das porträtiert hat, da, da konntest du irgendwie direkt mit connecten. Also, das war irgendwie, er wusste einfach genau, wie man das spielt. Und hier bei Paul Meskel ist es halt irgendwie so, äh, ich hab da gar nichts gefühlt. Ja. Ich, ich find's halt auch so, so schade, weil Russell Crowe's Figur, das ist ja so eine Naturgewalt. Aber jemand, eine Figur, die aber auch weiß, zu was er fähig ist. Und es gibt so Momente, wo du auch in den ersten Lehrjahren merkst, okay, jetzt ist so der Krieger in ihm erwacht. Und dann macht er da auch kurz einen Prozess. Aber bei Paul Meskels Figur hatte ich ganz oft nie das, wusste ich nicht so ganz so, ist er jetzt ein toller Krieger oder hat er gerade echt nur Glück? Weil manchmal kämpft er wirklich wie ein Ass und dann denk ich mir wieder, was machst du denn da gerade? Ähm, und das, das, ja, das, das hat mir doch diese Figur schon ein bisschen madig gemacht. Weil Maximus ist jetzt, sag ich mal, auch keine wirklich komplizierte Figur, aber die ist unglaublich gut umgesetzt, ja, und passt in diese Welt so unglaublich gut rein. Aber Paul Meskel, ähm, wie gesagt, toller Schauspieler, aber das Drehbuch ist echt nicht für den geschrieben worden, leider. Nein, auch, was ist denn die, äh, die Motivation von Paul Meskels Figur? Am Anfang sehen wir kurz was, was ihn antreibt, dann wird er anscheinend von Wut durchdrängt, dann ist es aber plötzlich alles weg und dann dreht sich alles um 180 Grad aus keinen ersichtlichen Gründen. Also es war wirklich ganz flach geschrieben, wie du sagst. Ich hab mir auch direkt am Anfang gedacht, ähm, ich find's ein bisschen schade, dass man ihm zu Beginn zumindest dieselbe Motivation gegeben hat, wie halt Russell Crowe quasi, ähm, also wie Maximus damals, also dass das quasi auch aus einem Rache-Gedanken heraus, ähm, ne, so die Motivation ist. Und dass es dann auch noch so ähnlich ist, irgendwie, was genau jetzt eben, warum er jetzt genau diese Rache hat, das ist halt sehr ähnlich, ähm, also das fand ich ein bisschen schade, ich dachte mir so, könnt ihr, also da ist ja schon wieder die Parallele zu Gladiator, so. Ja. Und das ist auch eine Sache, die ich halt nicht verstehe, klar, sie nennen es Gladiator 2, kein kreativer Name, aber ich kann verstehen, warum sie's tun, aber dass sie so penetrant immer wieder versuchen, diesen ersten Teil heranzuziehen. Der Film beginnt mit so Grafiken, wo du quasi den ersten Teil nochmal nacherzählt bekommst, schön und gut. Und eine ganze Zeit lang dachte ich mir so, okay, dann war's, das ist einfach, das Setting ist irgendwie gleich. Spielte einfach in dieser Gladiatorenwelt, paar Jahre nach dem Produkt Maximus, cool. Aber dann aus dem Nichtsgefühl wird dann wieder dieser Maximus, äh, rausgegraben und das, das hat mich gestört. Weil beide Teile, also Teil 1 und Teil 2, haben sehr simple Handlungen, was nicht schlimm ist. Aber der erste Teil konnte damit doch was anfangen. Beim zweiten Teil hatte ich manchmal echt das Gefühl, dieses Fingerzeigen ging halt irgendwann echt auf den Sack so nach dem Motto, guck mal hier, die Rüstung von Maximus, guck mal hier, weißt du noch, wie im ersten Teil, guck mal hier, ihr wolltet in der ersten Zeit immer einen Nashörner haben, jetzt habt ihr es im zweiten. Nichts davon hat für mich funktioniert. Ja, oder nicht mal, wenn es so eine Rückführung auf den ersten macht, sondern wenn er einfach genau die gleiche Geschichte erzählt, dass irgendein gefallener Krieger Gladiator wird und auf einen irren Kaiser-Imperator trifft, nur dass es in diesem Film nicht einer, sondern zwei sind, das ist doch albern. Die noch schlifter sind. Also das hat mich auch total geniegt. Ich muss auch sagen, dass diese zwei Kaiser, gespielt von Fred Hackener und Joseph Quinn, den kennt man unter anderem aus Stranger Things, so im letzten Quiet Place Film, das sind eigentlich so Figuren, die sind so ein bisschen, ja, Kaiser Nero, so ein bisschen auch, erinnern die an Caligula. Und ich glaube, dass sie vorhatten, dass die so ein bisschen schmierig und ekelhaft sein sollen, aber ich fand die nur nervig. Und die hatten einen Bedrohungsfaktor von 0,4 Prozent. Das war ganz furchtbar. Also wenn Leute schon mit Commodus ein Problem hatten, dass er nicht bedrohlich wirkt und mehr wie ein Kind wirkt, also schnallt euch bei dem Fall mal an, wirklich. Ja, aber da hast du wenigstens noch so einen Charakter oder so einen hochkarätigen Schauspieler wie ein Phoenix, der auch in seiner Rolle aufgeht. Der passt da ja richtig rein. Was ich auch richtig blöd fand, ist, also bei Commodus zum Beispiel, du wusstest genau, warum er so ist, wie er ist. Das wird direkt von Beginn des Films klar gemacht, warum diese Figur so tickt, wie sie tickt. Und du konntest immer nachvollziehen, warum er so ist. Aber bei den beiden war es auch wirklich so, hä? Also die sind einfach nur crazy. Die sind einfach nur crazy. Das war es. Das ist so gefühlt die Erklärung. Und halt, stopp. Die versuchen noch eine falsche Erklärung reinzumischen. Man sieht ja, als Paul Meskel nach Rom kommt im Tor, so die Wölfe mit Romulus und Remus, nee, Remulus und Romus drunter. Und sie nennen die Namen Remulus und Romus aber nicht, sondern sagen, dass es Zwillinge sind, die von dieser Wölfin gesäugt wurden und dadurch wurde irgendwie Chaos reingebracht. Und dann klingt es so, als würden sie unterschwellig implizieren wollen, dass Zwillinge Chaos mitbringen. Auch dadurch, dass sie die beiden echten Zwillinge, also Sagenzwillinge, nicht beim Namen nennen. Das fand ich auch ganz komisch. Achso, ich dachte wirklich, also ich dachte wirklich, es ging hier um die Entstehungsgeschichte. Aber das haben sie ja nie so benannt. Ich hatte stürmlich, als hätten sie absichtlich nicht Remulus und Romus gesagt. Um es so auf die zwei Zwillinge, eben, wie heißen sie, Caracalla und Geta, dass man es darauf auch münzen kann. Ja, es ist durchaus möglich. Und was ich halt so faszinierend finde, Komodos, wie gesagt, war auch jetzt psychisch nicht ganz auf der Höhe. Aber bei dem habe ich jeden Moment verstanden, warum es da Leute gibt, die dafür sorgen, dass er Kaiser ist. Ja, die vor ihm Angst haben. Bei diesen zwei Zwillingen, da dachte ich mir die ganze Zeit so, ganz ehrlich Leute, was macht ihr da eigentlich? Nehmt euch ein Messer, zack, fertig, aus, ihr seid Kaiser. Also, das war wirklich furchtbar. Und vor allem, dann wird auch irgendwann also impliziert, dass einer der beiden auch ein bisschen noch viel mehr Baller-Baller ist als sein Bruder, weil er halt vermutlich Syphilist hat. Da gibt es ja so einen kurzen Moment, wo der eine sagt so, ja, der Wahnsinn seiner Lenden ist jetzt auch in seinen Kopf gestiegen. Also, das war ja damals wohl durchaus öfters zugegen, dass da die Geschlechtskrankheiten sich dann ein bisschen arg brutal ausgeweitet haben. Aber das war auch so ein Moment, wo ich dachte, ich muss das gar nicht wissen, weil da war der Zug schon abgefahren. Also, dieses Bedrohungsszenario hat nicht funktioniert. Und wenn wir schon mal dabei sind, da sind auch Szenen drin, die finde ich einfach nur faul. Also, ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gibt wirklich gegen Ende einen Moment, in der unser Held einfach sagt, eingesperrt, es gibt mal den Schlüssel. Ja, hier bitte. Ja. Super. Weißt du, es gibt eine Fluchtszene in Mel Brooks Robin Hood hält den Strumpfhosen. Die ist gar nicht so unähnlich wie die Fluchtszene, die wir jetzt in der Jahrzehnte zu sehen bekommen. Muss ich leider so sagen. Also, das sind so ganz viele Kleinigkeiten und Details, wo ich mir dachte, äh, was soll das denn jetzt? Und ich bin mir unsicher, ob ich was verpasst habe oder ob sie es wirklich einfach nur die faulste Art gelöst haben, wie es eben möglich war. Ja, das war so, das brachte auch manchmal so eine ungewollte oder gewollte Komik mit rein, die den Ernst des Films, wie auch der Erste, der ist ja bierernst, es geht um einen Mann, der alles verloren hat, der das bierernste so untergräbt auch noch. Ja. Ja, stimmt. Und was anderes. Und dann bringt er noch so ganz komische Brutalität. Also, ich musste wirklich weggucken bei dem Film. Ich glaube, der Film hat immer dann weggeschnitten, wann ich auch weggeguckt habe. Aber du siehst ja wirklich, da werden Hände abgetrennt und andere Körperteile und so. Aber das ist ganz interessant. Das hat mich echt überrascht. Ja, also ich finde, dass der schon ein paar gewalttätige Spitzen hat, aber ich finde den ersten Teil viel roher und viel brutaler. Also, wenn im ersten Teil da irgendwie bei der Anfangsschlacht die diese, was sind das, brennende Steine da rumrollen und die Leute mitreißen, das fand ich heftig. Und bei Gladiator 2 wirkt es zum einen halt auch sehr digital. Dazu dann gleich später auch mehr, weil wir müssen noch über die Fauna und Flora und Fauna des Dekodistiums reden. Und es hat mich tatsächlich nicht so, also ich weiß, was du meinst, der hat seine brutalen Szenen, hat sein 11K16 auch nicht zu Unrecht. Aber wenn ich das vergleiche mit dem ersten Teil, da haben wir es wieder, ich finde den ersten Teil wirklich, wirklich wuchtiger und auch wirklich brutaler und auch in seiner Gewalt unangenehmer. Also, wenn da am Ende Maximus und Cumulus sich da gegenseitig die Messer reinjagen, das finde ich echt brutaler als das, was ich jetzt in Gladiator 2 gesehen habe. Aber Melanie, was sagst du dazu? Das kann ich unterschreiben. Entschuldigung, Melanie, was sagst du dazu? Ich weiß gar nicht. Also, ich weiß nicht, ob ich dem unbedingt zustimmen würde. Also, es hat mich irgendwie überrascht. Also, es hat mich wirklich überrascht, was für Szenen da mitunter. Also, einfach, wo sehr viel Blut gespritzt hat. Ich weiß nicht, ob der erste so blutig-blutig war. Wisst ihr? Also, dass halt wirklich sehr viel gespritzt ist. Ich glaube, hier ist mehr gespritzt. Aber es spritzt jetzt nicht so viel wie am Ende von The Substance. Das sollte schon klar sein. Ja, aber Gespritze ist ja nicht gleich Gewalt-Impact, so wie es du gesagt hast. Also, nur, dass man denkt, okay, die Gewalt, die muss wirken. Wir brauchen noch 3000 Liter Blut. Das funktioniert halt nicht immer. Ja. Ich habe ja schon gesagt, dass der Film für mich so einen sehr kleinen Digitallook hat, den ich einfach nicht so gut heiße. Und ich möchte jetzt, also, ich habe nicht nur dieses Jahr, sondern in den letzten paar Jahren wirklich schlimmere, aussehende Filme gesehen als Gladiator 2. Aber so gut und nett die Idee ist, einen Kampf zu zeigen gegen rasierte Killer-Paviane, die sehen halt einfach scheiße aus. Das konnte ich nicht ernst nehmen. Und das ist halt schon schade, weil Paviane, die wurden ja wirklich wohl damals auch genutzt. Und ich kann mir vorstellen, wenn du so Paviane auch rasierst, weil anders kann ich mir deren Look nicht erklären, dann sind die auch sauer. Und es wird ja auch im Film gezeigt, dass die dann noch so angetrieben werden mit so, was ist das, so Blasrohren, damit die extra wild werden. Aber du kannst nicht so eine Szene aufbauen und sie dann immer so aussehen lassen. Das war für mich teilweise unfreiwillig komisch. Schlogger, wie hast du die Paviane wahrgenommen? Ich muss gerade lachen. Also ich finde Paviane an sich schon wahnsinnig hässliche Tiere. Die muss man nicht auch noch rasieren. Die haben immer diese hässlichen Ärsche hinten dran hängen und diese abgeknickten Schwänze. Und ich glaube, ich wäre auch sauer, wenn man mich rasieren würde. Da müsste man mich nicht mit so einem Blasrohr abschießen. Aber mich haben nicht nur die Paviane irritiert, da habe ich einfach gedacht, okay, die werden wohl so bescheuert aussehen, wenn man sie rasiert. Sondern was dann in der Szene passiert. Also wenn du so einen wilden, aufgepeitschten Pavian auf jemanden draufscheuchst, dann kann der doch nicht gewinnen, indem er zurückbeißt. Das fand ich so albern. Das geht doch nicht. Also wurdest du schon mal gebissen? Von einem Pavian? Nee, von einem Gladiator. Paul Meskel dürfte mich beißen. Paul Meskel dürfte mit mir alles tun, ganz ehrlich. Und ich bin hetero. Melanie, bist du Teamkiller-Paviane oder bleibst du dann doch bei den ganz normalen Mano-a-Mano-Kämpfen im Kondisseo? Ja, ich habe das gesehen und ich dachte mir irgendwie nur so, also ich weiß, ihr wollt was Neues machen. Ich weiß, ihr wollt euch ein bisschen jetzt distanzieren quasi vom Ersten damit. Aber ich dachte mir so, hätte es nicht irgendwie auch so einen Schwertkampf getan? Also das war ja sowieso meine ganze Sorge, die ich an dem Film hatte. Ich hatte immer so Angst, und das kam ja auch ganz gut bei den Trailern so rüber. Ich hatte einfach Angst, dass jetzt das Motto ist, okay, hör schneller weiter. Wir müssen jetzt nochmal irgendwie was oben draufsetzen. Das machen ja Fortsetzungen immer ganz gerne. Dass es dann nicht mehr so simpel bleiben darf, sondern dass es dann auch ein bisschen übertrieben wird. Und ich meine, scheinbar wurde das Kolosseum ja auch, also konnte man das Kolosseum fluten? Das wurde mir gesagt. Das habe ich noch nicht überprüft. Glaubst du mir etwa nicht? Achso, nee, ich habe das nicht von dir gehört. Ich habe das nochmal von einer anderen Person gehört. Aber wenn du das sagst, dann ist das auch von jemandem gehört. Aber ich dachte mir halt auch nur so, naja, also okay. Ich weiß nicht. Auch das mit den Haien dann drin. Also es war mir halt manchmal einfach so ein bisschen, okay, wir müssen jetzt irgendwas super Cooles zeigen und irgendwas super Neues. Und dann noch ein Nashorn. Wobei das Nashorn, das wollten wir ja schon im ersten Title bringen. Ja, ich freue mich für Ridley Scott. Vielleicht wurde jetzt endlich sein Kindheitstraum erfüllt. Mit 87 Jahren. Das hat drei Millionen gekostet und er hatte einfach damals die Kohle nicht dafür. Ey, ist super. Freut mich. Aber irgendwie ist es irgendwie, aber es ist so ein großes Tamtam und es kommt nichts davon so richtig, also nichts davon kann mich begeistern. Und das ist irgendwie das Absurde daran. Ich finde es so schön zu sehen, dass ein Film, der so episch aussieht und berittene Nashörner, rasierte Paviane und ein geflutetes Kolosseum mit Haien drin bietet, dass das trotzdem kein Gewicht hat, zeigt mir, wie wichtig eine gute Geschichte ist. Also klar, ich habe jetzt gerade gesagt, es ist nicht schön, aber irgendwie zeigt mir das, dass nicht nur gewaltige Bilder reichen, sondern dass wir als Zuschauer noch mehr brauchen und wie toll und gewichtig eben eine gute Geschichte funktionieren kann. Ja, weil sonst bringt dir das. Das bringt dir nichts, wenn du keine Grundlage hast, an der du dich auch irgendwie emotional, also connecten kannst. Das bringt ja alles gar nicht. Das ist auch immer das Problem gewesen, finde ich, bei Rebel Moon jetzt zum Beispiel so. Ist ja alles schön und gut, aber mir sind die Charaktere egal. Ja, eigentlich war es auch nicht wirklich schön und gut, aber wir sind halt auch die Charaktere wirklich egal und deshalb ist mir auch diese Geschichte egal. Also man muss da schon irgendwie eine Grundlage haben, weil sonst bringt das alles nichts. Ja, also zum einen finde ich Rebel Moon als Vergleich gar nicht so unangebracht, denn was haben Zack Snyder und Ridley Scott gemeinsam? Richtig, sobald ihr neuer Film draußen ist, reden beide über den Extended Cut, den es anscheinend irgendwo gibt. Und ich hab noch nichts davon gehört, aber mark my words, in spätestens zwei Wochen kommt die große Frage, gibt es einen Rector's Cut oder Extended Cut von dem Film und vermutlich wird der dann irgendwann auftauchen. Es ist mir aber egal. Zweitens, ich hab ein bisschen so schlecht ich diese Paviane fand, aber ich hatte mit der Szene meinen Spaß, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das hab ich auch der Melanie, glaub ich, schon nach der BV gesagt. Herr Schlucker, kennst du Awesome Powers? Ja. Ich hatte das Gefühl, dass diese Paviane so wirkten wie von Dr. Evil, so nach dem Motto, ja wir brauchen jetzt hier Killerhaie oder so. Ja, die Killerhaie sind leider schon in einem anderen Kolosseum. Ja, was haben wir dann? Paviane, sind sie schlecht gelaunt? Ja, wir haben sie rasiert. Das fand ich ganz amüsant. Dr. Evil als Tierbeauftragter des Kolosseums, aber an und für sich so gut die Idee dieser Paviane ja ist, aber die Umsetzung funktioniert einfach nicht. Und ich finde, allgemein hat der Film ein Problem, wenn es um Action geht, denn auf dem Papier sieht die Action oder könnte das tolle Action sein. Der Film beginnt mit einer Belagerungseroberungsszene in so einer Insel mit Schiffen und Katapulten und Feuer und Bogenschießen und alles, was man haben möchte. Aber das war so für mich so der erste Punkt in dem Film, wo ich dachte, ah, wenn das jetzt so weitergeht, wird das nicht mein Film? Weil ich kann nicht sagen, dass die Action schlecht ist, das meine ich nicht. Aber ich fand sie unglaublich nichtssagend. Also teilweise war sie mir zu zerschnitten und teilweise dachte ich, es wirkt mir nicht episch genug. Wo ist die Epik? Melanie, allgemein zu den Actionsequenzen. Sprech dich aus. Bist du da ähnlicher Meinung oder hast du vielleicht noch mehr Gutes drin gesehen als ich? Ich weiß nicht. Also es ist halt einfach, das ist halt schon wieder dieses Problem von dem Film. Es ist halt irgendwie ein bisschen egal. Also ich merke halt immer daran, dass es mich nicht packt, wenn ich so auf Autopilot im Kopf schalte. Und das passiert bei mir relativ schnell, bei so Action-Szenen, die halt, ja, wo ich, die mir einfach egal sind zum Beispiel. Weil es jetzt sowieso nicht groß wichtig ist oder weil ich da jetzt, also ich hab da ja keine, man weiß zum Beispiel auch immer, wie es ja ausgeht so. Also man weiß immer genau, was passiert. Und ich meine, okay, das kann man dem Ersten vielleicht auch irgendwie vorwerfen, aber da fand ich, ich fand es deutlich spannender inszeniert allein schon. Ja, das hast du ja schon gesagt, genau. Also hier ist ja nicht nur, wie du es schon gesagt hast, das ist halt zerschnitten. Wir haben so einen clean, digitalen Look. Wir haben, vielleicht sind wir nicht richtig dabei, weil die Inszenierung nicht Personen an sich verfolgt. Das heißt, wir gucken sowieso schon von eher oben raus, sind nicht mittendrin im Geschehen. Und so führt ganz viel dazu, dass wir die Action nicht gut lesen können, dass wir nicht richtig mit dabei sind, dass wir das Gewicht nicht fühlen, dass es sich nicht dreckig und echt anfühlt. Und das kommt hier dann alles zusammen. Es gibt einen Moment, der hat für mich sehr gut funktioniert. Und das war das erste Mal in dem Film, wo ich quasi so ein bisschen in meinem Sitz so mich aufgerichtet hab. und dann so dachte, oh, das ist jetzt interessant. Und das war der Moment, ist das ein Spoiler? Sag es oder können wir das entscheiden? Pedro Pascal und Paul Meskel in der Arena aufeinandertreffen. Vielleicht ist das in den Trailern drin, ich weiß nicht. Also es gibt Fotos davon, deswegen möchte ich jetzt nicht sagen, dass es ein großer Spoiler ist. Und wir lassen es durchgehen. Wir sagen ja nicht, wie es entstanden ist. Unentschieden, nach drei Sätzen. Ja, das ist der Moment gewesen und das ist vielleicht mit einer der entscheidendsten Moment gewesen, wo ich mich im Sitz aufgerichtet hab und gesagt hab, oh, das ist jetzt interessant. Was passiert jetzt? So. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich Pedro Pascals Figur wirklich gerne mag. Also Pedro Pascal ist in diesem Film für mich so ein bisschen der Hoffnungsschimmer. Das liegt vielleicht daran, dass ich ihn sehr als Schauspieler mag. Aber ich weiß nicht, ich fand seine Figur sehr spannend irgendwie. Ja, also als er das erste Mal auftritt, dachte ich, nee, der passt für mich gar nicht in den Film rein. Ich find Pedro Pascal, vor allem weil er auch immer gleich aussieht in allen Filmen, ist der für mich so belegt mit anderen Rollen. Als sich seine Rolle im Film dann entwickelt hat, hab ich ihn mehr und mehr angenommen. Aber für mich war der Hoffnungsschimmer Denzel Washington. Also der hat mir am meisten gefallen. Das auch. Also zu Pedro Pascal muss ich sagen, ich finde, dass Pedro Pascals Figur auf Papier die beste Figur des Films ist. Mit weitem Abstand. Ich finde aber, dass der Film viel zu wenig aus ihm macht. Es gibt immer wieder Momente, wo ich dachte, Leute, es tut mir so weh in der Szene, aber ich möchte grad nicht wissen, was Paul Meskel macht. Ich möchte sehen, was Pedro Pascal gerade macht. Und das wird für mich gefragt. Ja, weil es ist so interessant, weil der Film inszeniert jemand am Anfang erstmal so, aber in Wahrheit ist er so. Ja. Und das war richtig spannend. Durchaus. Und ich glaube tatsächlich, dass sie sich einen Gefallen getan hätten, wenn sie gesagt haben, ach, weißt du, dieses Gladiatoren-Ding, das haben wir auch schon mal durchgemacht. Lass es mal sein. Lass es mal wirklich auf die Figur von Pedro Pascal fokussieren. Weil der ja auch in einer Zwickmühle steckt, in einer emotionalen, ja. Weil der ja so quasi in, ja, spoiler muss man ein bisschen aufpassen, aber er hält ja eine Entscheidung, die für ihn sehr wichtig ist. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass diese Entscheidung organisch entstanden ist. Die war plötzlich da. Der Film macht so das Fass auf so, ja, ich mag den und den nicht. Drei Szenen später. Ich hab mich entschieden, wir machen das jetzt so. Und das war mir zu wenig für so eine Art von interessanten Charakter. Leider. Und zu Denzel Washington, ich mein, seien wir ehrlich, Leute, Denzel Washington ist es Denzel. Ja, der kann alles spielen. Der ist super, der Mann. Aber der spielt halt hier auch im Auto-Modus. Also das ist, er kann das und er macht das gut. Aber seine Figur war schon, wenn sie nicht von ihm gespielt worden wäre, hätte ich sie wahrscheinlich echt sehr langweilig gefunden. Also da gibt's auf jeden Fall den Denzel-Bonus. Und ohne Denzel-Bonus wäre dieser Makrinus, so wie er heißt, wäre er für mich wirklich ziemlich öde gewesen. Echt? Ich fand eher, dass man das Gefühl hatte, dass ihm das Spaß macht, was er da spielt. Und dass er so ein übertriebenes, okay, wir bringen hier jetzt noch das Shakespeare-Flavor mit rein und politische Intrigen. Und hier passiert noch dies und noch das. Also ich glaub, der hat da Spaß dran gehabt. Oder so wirkt er zumindest. Was mir da wirklich gefehlt hat bei seiner Figur, ich hätte gerne mehr Background gewusst. Weil ich meine, ich glaub, ich kann mir nicht vorstellen, dass sein Weg an die fast Spitze von Rom so einfach gewesen ist, als Mensch, diese Hautfarbe einfach. Das hätte ich zum Beispiel spannend gefunden. Und ich finde, dass der nicht wirklich viel Background-Story hat. Der erzählt mal ein bisschen was, aber das war's dann auch. Es wird was angedeutet, aber das wird auch nie gelöst. Ja, also das war mir auch zu wenig. Es ist echt schade, dass gerade Pietro Pascal und Dennis Washington, die haben ja, glaub ich, Nikolaj 2 schon mal zusammengespielt. Gut, das ist jetzt kein Paradebeispiel für einen tollen Schauspielerfilm oder was soll's. Aber du hast halt diese zwei richtig guten Darsteller, die auch Rollen haben, die auf dem Papier wirklich gut funktionieren und auch interessant sind. Aber der Film schafft es nicht, da irgendwer was rauszuziehen, für mich zumindest, was Bestand hat. Am Ende war es auch nur wieder Schall und Rauch für mich. Ja, da wäre wahrscheinlich es klüger gewesen, wie ihr schon gesagt habt, wenn man die Gladiator-Thematik ein bisschen runtergeschraubt hätte und noch mehr Fokus auf dieses, den Fall von Rom, was ja auch im Gladiator 1 total ein wichtiges Thema ist. Und also Rom versus Republik, dass man da viel mehr Fokus drauf liegt, weil das war ja auch diesen beiden Figuren sehr wichtig, die dann ja auch irgendwie gegenseitige Positionen einnehmen. Ich finde eigentlich auch dieses mit den politischen Intrigen, das ist, glaube ich, hier auch noch mal stärker, eben durch Danza Washingtons Figur. Ja, aber auch da im ersten Teil, weiß nicht, ich hatte mich das mehr gefangen genommen. Also ich weiß noch, beim ersten Teil, bei der Erstsichtung damals im Kino, so toll die Actionsequenzen waren, aber ich war auch voll investiert in dieses politische Machtgeränkel, was da aufkam. Und desto mehr fällt es mir halt auf, dass der zweite Teil teilweise auch exakt die gleichen Storybeats hat. Also wirklich, also ich habe da eine Verschwörung vor und dann passiert das mit der Verschwörung und dann passiert das mit ihm und so. Das ist schon sehr, wie ich finde, sehr krass, wie viel sie vom ersten Teil abpausen. Und ich glaube halt, dass sie sich damit kein Gefallen tun, weil du brauchst letztlich diese Gladiator-Geschichte gar nicht mehr, finde ich. Also das ist schade. Hätten sie einfach Paul Meskel rausgelassen und einfach nur sich darauf konzentriert, wie Ansel Washington und Petro Pascal da irgendwie versuchen, ihre Haut zu retten und an die Macht zu kommen. Das hätte mir ausgereicht. Da hättest du auch jede Menge Actionsequenzen mit drin gehabt. Da hättest du die Figuren weiter ausbauen können. Aber durch diesen Zwang, unbedingt den ersten Teil, ob Teufel komm rauszahlen, mit zu integrieren, stellt sich der Film meiner Meinung nach oft einfach selbst ein Bein. Die hätten dann aber auch einen anderen Titel gebraucht. Vielleicht war das auch einfach schon zu viel. Dann wäre es ja nicht mehr Gladiator. Dann hätte man einfach gesagt, Denzel und Petro, Gladiator-Story, fertig. Ansonsten habe ich hier noch stehen, Epik, die keine Epik ist. Aber ich glaube, das haben wir jetzt auch schon zur Genüge ausgeführt. Also ich zumindest finde den Film nicht episch. Er tut so, als ob er episch wäre, aber er ist es nicht. Oder sieht die das anders? Nein, genau so. Und dann, dass er halt eben sehr viele Stars hat. Aber das haben wir eigentlich auch schon durchgenudelt. Wir haben alles durchgenudelt. Der Film hat uns durchgenudelt, obwohl er eigentlich keine Wucht hat. Genau. Aber ein ganz kleines Gutes, muss man ja sagen. Also es ist schon ein Film, der die Leute ins Kino locken wird, weil er eben Kinobilder mitbringt. Oder? Nee. Nee. Also für mich nicht. Für mich waren das keine Bilder, die für mich nach Kino geschrien haben, weil dafür die Bilder mir einfach zu clean, zu digital ausgesehen haben. Du willst lieber auf deinem alten Fernseher sehen, damit es nicht auf... Ich möchte das auf meinem alten Nokia 5210 gucken. Weißt du, das ist... Nein, also die Bilder haben natürlich auch so eine gewisse Weite und so, aber das ist für... Ich saß da heute im Kino und es kam für mich nie so richtig so Kinofeeling auf. Dieses Gefühl, das, was ich jetzt sehe, muss ich in einem Kino sehen, weil es sonst nicht funktioniert. Und das hat nicht unbedingt was mit der Größe der Bilder zu tun oder der Weite oder so. Einfach so ein ganz persönliches Gefühl bei mir. Und dieses Gefühl hat sich heute bei Gladiator 2 kein einziges Mal eingestellt. Ich frage mich halt so, ob es manchen halt reichen wird einfach. Ob die dann sagen, okay, ich wurde jetzt gut unterhalten. Und ich glaube, da wird es eine ganze Sparte geben. Die werden zufrieden mit dem sein. Die werden sagen, ja, war irgendwie mal wieder schön. Mal wieder. Alle 35 Jahre. Toll. Die Frage ist halt auch, wenn du den Film sowieso als Erstsichtung hast und nicht Gladiator geguckt hast, wäre auch nochmal interessant zu wissen, wie der funktioniert dann. Ja. Das könnt ihr uns ja gerne dann in den Kommentaren schreiben, falls ihr zu denjenigen gehört, die den ersten eigentlich gesehen haben. Ja, aber dann funktioniert vielleicht das Ganze, was wir jetzt außen vor gelassen haben, was in den ganzen Presseberichten erwähnt wird, vielleicht nicht so gut. Ja, das wird das Problem sein, ja. Das ist also eine Verbindung zum Ersten durch die Figuren. Und dann wird ganz viel wiedergekäut. Und wir haben ja auch tatsächlich Figuren, die im Ersten mitspielen, hier auch wieder. Und das fällt dann alles hinter den Tisch für die, die Gladiator 1 nicht kennen. Ach, das ist irgendwie so. Warum bestellt der Film sich selbst so ein Bein? Ich glaube, weil die Leute das irgendwie verlangen. Die wollen halt eben eine Fortsetzung haben. Und für sie eine Fortsetzung ist halt eben, wir müssen irgendwie die Geschichte des ersten Teils wieder aufgreifen. Wobei die eigentlich auserzählt ist. Ich hätte das nicht gebraucht. Also dieser Reveal, der da allein schon kam, da dachte ich so, boah, nee. Okay, Leute, pass auf. Folgender Vorschlag, wir machen jetzt ein Fazit. Und danach kümmern wir uns mal kurz in einem Spoiler-Part um diesen Reveal, okay? Ja, ein ganz kurzer Spoiler-Part. Ein ganz langer Spoiler-Part bei die Schlogger, soll ich das sagen? Okay. Denn die Schlogger lieben Podcasts, die über 80 Minuten gehen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Okay, also. Oh, das ist aber sehr spezifisch, 80 Minuten. Was soll ich sagen? Ich mache mit der Frau sehr viele Podcasts. Da hat man seine Erfahrungen. Das war der Durchschnitt. Genau. Also, Gladiator 2, Fazit. Ich fange mal an. Es klang jetzt alles sehr, sehr negativ. Und ich bin auch wirklich enttäuscht von dem Film. Aber es gibt schlechtere Filme. Das sollte klar gesagt sein. Aber ich für meinen Teil saß da heute zweieinhalb Stunden im Kino. Und das einzig wirklich Aufregende war Melanie, die neben mir saß und immer aus ihrer Thermoskanne Pfefferminztee getrunken hat. Und jedes Mal so eine Pfefferminzwolke über mich rüberwuppte. Ich dachte mir, ach, Pfefferminz, angenehm. Das war das Highlight meines Kinobesuches. Der Film lief so nebenbei vor sich hin. Und ja, ich brauche sowas nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass es keine schlechte Idee ist, so Filme wie Gladiator fortzusetzen. Aber dann vielleicht ein bisschen besser, ein bisschen eigenständiger. Das hier war auf jeden Fall etwas, was ich mit einem Wort beschreiben kann. Es hat vier Buchstaben und es ist eigentlich kein wirkliches Kompliment. Aber dieser Film ist mir komplett egal. Schlogger, deine Meinung zu Gladiator 2. Wir haben es schon angedeutet. Was mich am meisten gestört hat, war die Verschwendung von Paul Meskel. Weil ich den wirklich gerne mag. Und die absolute Wuchtlosigkeit. Hier wird ganz viel gezeigt, was in der Theorie auch echt gut sein kann. Aber es wirkt einfach nicht. Du hast von diesen flammenden Steinen gesprochen, die in Gladiator 1 sind. Und das ist der erste Teil auch. Und der Film hier ist kein entflammter Stein. Das sind so ein paar Kieselsteine, die irgendwo runterpurzeln. Also die fehlende Wucht ist für mich das Allerschlimmste hier. Aber die Kieselsteine wurden von einem rasierten Pavian geworfen. Das sollte ich ja noch gesagt haben. Oder Haien. Oder Haien, genau. So ein bisschen flossen. Hauptsache schlecht gelaunt. Melanie, dein Fazit zu Gladiator 2. Ja, mein Problem ist, dass wahrscheinlich auch ähnlich wie Schlogger, also Wuchtlosigkeit. Ich würde einfach sagen, mir fehlt halt einfach der emotionale Bezug dazu. Weil ich gucke es mir halt an. Ich denke mir so, ja, ist ja alles schön und gut. Aber mir fehlt da einfach irgendwas, jetzt außer Pedro Pascal, fehlt mir da einfach irgendwas, was mich dazu bewegt, den zum Beispiel nochmal anzuschauen. Oder jetzt großartig viel über den nachzudenken. Zum Beispiel einfach wieder eine Gladiator 1 Referenz, tut mir leid. Aber wenn ich daran denke, wenn ich an die erste Anfangsszene von Gladiator denke, wenn ich an diese Hand, die über diese Felder streicht, über den Weizen, das löst was in mir aus. Denn ich weiß ganz genau, was dieses Bild bedeutet, was später damit passiert, wie dieser Film endet. Das ist quasi so ein Full-Circle-Moment. Das finde ich richtig toll. Und hier ist es halt einfach so, ja, ne? Ist ja ganz nett. Aber mal davon abgesehen, dass mich eine Sache tierisch nervt. Und ich, es ist halt generell einfach manche Sachen schon fast schon ein bisschen Quatsch, ich finde. Und wie gesagt, ungenutztes Potenzial. Ja, also ich glaube, ich, das ist halt wirklich, das tangiert mich irgendwie nicht. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt mit verschiedenen Worten quasi das gleiche Fazit gefällt haben, oder? So ein bisschen kommt es mir vor. Also, ja. Gut, dann ist jetzt Spoiler-Zeit. Wir werden jetzt hier spoilern. Wir haben es am Anfang, oder Stocker hat es am Anfang schon erwähnt. Das ist jetzt eigentlich kein wirklicher Spoiler, denn in den Pressematerialien steht das überall gleich am Anfang. Aber, Leute, wir werden euch jetzt enthüllen. Dieser Hanno, gespielt von Paul Meskel. Wer ist dieser Hanno eigentlich wirklich? Und als der Reveal kam, es war so, ich dachte mir, wow, das war mir eigentlich klar. Schlogger, willst du unserer Wertenzuhörerschaft jetzt bitte mal verraten, wer ist diese Hanno eigentlich? Trommelwirbel. Hanno ist eigentlich Lucius, der Sohn von Maximus und der Alten da. Ja, Lucilla, genau. Überraschung, Surprise, Surprise. Es ist also der Junge, der im ersten Teil gespielt wird von dem Schauspieler, dessen Namen Spencer Trey Clark, der dann später auch bei Unbreakable mitgespielt hat und bei Glass war es. Der Sohn von Bruce Willis war da. Und was ich nicht verstanden habe, klärt mich auf. Ich habe den ersten Teil das letzte Mal vor drei, vier Jahren gesehen. Es ist jetzt aber nicht der Sohn von Lucilla und Maximus oder haben die davor gestachselt? Doch. Das war mir nicht bewusst mehr. Nein, aber im Film, im Gladiator, ich habe ihn ja jetzt letzte Woche gesehen. Ich habe nie verstanden oder nie es so verstanden, dass das sein Sohn ist. Er hat sich einfach um sie gekümmert, weil ihm Lucilla ja irgendwie wichtig ist und das einfach Lucillas Kind ist und er ja auch ganz süß ist. Also er hat ja auch einmal mit ihr gesprochen. Und weil sie meinte ja zum Beispiel auch einmal, ja, er ist mit deinem Namen quasi auf den Lippen gestorben. So. Aber ich habe das auch nie so gedeutet, dass das irgendwie sein Sohn ist. Überhaupt nicht. Aber man kann es so deuten. Man kann es so deuten, ja. Du hast am Anfang davon gesprochen, dass Gladiator 1 eigentlich abgeschlossen ist, aber ein paar Fragen hat, die offen bleiben, die aber auch offen bleiben können. Und das bezieht sich für mich auch auf Lucius. Man kann so hineindeuten, ist es vielleicht ihr Sohn, aber es wird halt nie beantwortet, was völlig okay ist. Zumindest so erinnere ich mich an den ersten Teil. Und deswegen ist hier diese Offenbarung, dass er das ist, da haben wir nach der Sichtung heute auch drüber geredet, beziehungsweise ich habe drüber geredet und all meine Deutungen aufgequetscht, du kennst das, dass das ein bisschen die Geschichte vom ersten Teil abschwächt, finde ich, weil es hier diese schöne offene Frage so ganz klar beantwortet. Ich denke mir aber auch so, wenn es doch wirklich der Fall ist, warum haben sie es dann nicht im ersten Teil gesagt? Weil das hätte doch nochmal einen größeren, also hätte das nicht nochmal irgendwie eine größere... Nein, das ist doch... Ich finde, es ist gerade das Schöne, dass das so offengelassen wird, dass du sagst... Du hast ihn ja gerade gesehen, ne, Mellie? Sagt er denn wirklich am Ende, was ist mit Lucius? Ja, das ist, glaube ich, das Letzte oder mit das Letzte, was er sagt. Genau. Er fragt halt, ob es ihm gut geht. Dadurch, dass er diesen Satz sagt, hat man ja die nahe Vermutung, dass er irgendeine besondere, enge Bindung zu diesem Kind hat. Und mir macht es schon Spaß, darüber zu rätseln, okay, könnte das sein Sohn sein? Und mir gefällt es auch, dass ein Film nicht alles beantwortet. Deswegen stört es mich wiederum, dass es der Gladiator 2-Film jetzt als Aufhänger benutzt und dann eben wiederum beantwortet. Aber ich glaube, das wird nicht jeden so stören wie mich. Ich finde das so spannend, weil ich hatte diesen Gedanken gar nicht irgendwie. Ich auch nicht. Das finde ich übrigens voll lustig. Also für mich war das immer klar, also aus meiner Perspektive, der ist halt einfach nur nett zu ihr, also weil er halt einfach kein Arsch ist. Und deswegen kümmert er sich auch so ein bisschen. Ja, das kann auch sein. Also ich möchte jetzt niemandem sagen, dass er den Film falsch gelesen hat, weil es ist durchaus möglich, dass es so ist. Aber für mich war diese Sache nie ein Thema. Für mich war immer, dass er einfach als Held, als Heldenfigur sich natürlich auch darum bemüht, dass es diesem Jungen gut geht, weil er halt eben auch weiß, was dieser Komunus fähig ist. Und er hat ja auch gerade seinen Sohn verloren. Genau. Ja, genau. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das definitiv sein Sohn ist im ersten Teil. Warte mal, warte mal. Ist Maximus endlich ein Fremdschnachsler gewesen? Ist er fremdgegangen? Wie viel Zeit vergeht denn zwischen, wenn sich, also kann es reinheitlich sein Sohn sein? Nein, Norbert hat mir gerade gesagt, dass es den Dialog gab und ich erinnere mich auch daran, dass sie gesagt hat in diesem Gespräch, was die beiden, das allererste Gespräch, was die beiden führen vor dem Zelt da bei Markus Aurelius. Da sagt er, mein Sohn ist jetzt acht oder ich weiß nicht mehr, ich glaube acht und sie sagt, ja mein Sohn ist jetzt auch acht. Aha, da haben wir es mal wieder. Von wegen der gestrahlende Held, dieser Maximus, ich glaube es ja nicht. Ja, aber dann hat er ja gleichzeitig oder zumindest in einem Jahr mit zwei Frauen. Das ist machbar. Also ich wollte auch gar nicht sagen. Das ist machbar. Es ist machbar, ja, aber ich wollte gar nicht sagen, dass er Teil eins so definitiv sagt, das ist sein Sohn. Also es könnte auch total draufgepresst sein und wie ihr auch sagt oder wie Melli gesagt hat, so ein bisschen zerstört es vielleicht auch das Bild von, zumindest Max, nee nicht Max, doch Maximus ist ja so ein tragischer Held, weil seine Familie umgebracht wurde. Und dadurch, dass er jetzt noch einen Sohn hat, entschwächt das, also ein Sohn nach dem zweiten Teil zumindest, entschwächt das das ganz, das Bild so ein bisschen für mich. Und vor allem der Film, der Film, der Film planscht halt wieder so exzessiv den ersten Teil wieder drauf. Wo ich mir denke, die Rolle von Paul Meskel, die möchte sich rächen, super. Aber das ist absolut unerheblich, ob der jetzt der Sohn, der Schwibbschwager oder der Onkel von Maximus ist. Dass sie das halt genommen haben, ist halt, das verstehe ich nicht. Also ich kann es verstehen, weil natürlich viele das erwarten, wenn du halt einen Film Gladiator 2 nennst, ja. Aber als dieser Moment kam, zum einen war der unglaublich soapy, also so wie Seifenopernhaft, wo ich dachte, Leute, ernsthaft, so ist es jetzt? Und dann kamen auch Fragen auf, wie zum Beispiel, also die Mutter lässt ihren Sohn nach dem Tod, also kurz erklärt, das sehen wir im zweiten Teil, Kommodus ist tot. Das erste, was Lucilla macht, ist ihrem Sohn zu sagen, jo, reit mal mit den beiden Herren weg, wir sehen uns in 20 Jahren, viel Spaß. Das war auch so komisch. Ja, und natürlich, ich kann schon ihre Motivation verstehen und dass es in dem Moment vielleicht das Richtige war oder das Sicherste für ihren Sohn. Aber ich habe Fragen einfach, ich meine, ich habe keine Kinder, aber du kannst aber nicht sagen, dass du dein Kind einfach wegschickst nach Nordamerika, oder Nordafrika war es, nicht Nordamerika, das wäre noch nicht mehr gewesen. Ja, und dann irgendwie, da passiert nichts mehr damit, ich weiß es nicht, das war mir zu faul. Und er ist ja der Thronfolger. Ja, also, wie sind die beiden Inzestjungs an die Macht gekommen, würde mich auch mal interessieren. Also, ich habe gehört nach dem Kino, dass es die zwei Jungs wirklich gab, bei den anderen Figuren habe ich jetzt nicht recherchiert. Und genau, diese, also es gibt ja viele Filme, in denen Eltern ihre Kinder wegschicken, damit sie sicher sind. Das kann ich schon irgendwie vielleicht nachvollziehen, aber was mich dann total stört, ist Paul Meskels Motivation, ist ja nach dem Anfang, wo seine Frau ja, wir sind ja hier im Spoiler-Part, seine Frau umgebracht wird, zu der wir absolut keine emotionale Bindung haben, weil wir sie nur zwei Minuten gesehen haben. Und dann trägt er auch so eine rasende Wut auf seine Mutter mit sich, aber plötzlich dann nicht mehr. Das hat mich, also erst verdrängt er seine Vergangenheit und hasst seine Mutter und dann passieren irgendwelche Dinge, die wir gar nicht richtig mitkriegen, welchen Einfluss sie auf ihn haben. Und dann ist er plötzlich voller Stolz auf seine Herkunft und auf seine Mutter. Ja, das war nicht genug, was wir da gesehen haben, was auch immer das jetzt war und dass er vielleicht einmal kurz die Rüstung von Maximus gesehen hat, ja schön, aber das war nicht genug. Aber ich meine, Schlager, du als Mutter, du wirst es doch kennen. Morgens bist du noch die schlimmste Hexe aller Zeiten, weil du die falsche Müsli-Schüssel zum Frühstück rausstellst. Aber abends, wenn es dann heißt, manchmal darf ich Nintendo spielen, du sagst, ja hier, ich spiele Nintendo, bist du die Größte. So ist es vielleicht auch. Was, hast du heute eine Kamera bei mir aufgestellt? Was soll ich sagen? Ich kenne mich halt aus. Ja. Okay, also ich bin quasi jetzt auch ausgelabert. Außer ihr habt noch irgendwas, was ihr jetzt im Spoiler-Part noch mal kurz bereden wollt. Ich wäre offen dafür, aber ich für meinen Teil bin durch. Nein, wir können das gerne beenden hier. Ja, also ich bin definitiv ziemlich sauer darüber, dass sie das gemacht haben, aber ja. Dass Schlager ihrem Kind Nintendo spielen lässt, oder was? Ja, das auch. Hey, Bildschirmzeit, ich erziehe doch mein Kind nicht selber. Sorry. Okay. Ihr Lieben, wenn ihr uns immer noch weiterhört, dann vielen Dank für euer Durchhaltevermögen. Wir sind hiermit am Ende zu unserer Besprechung Gladiator, der am 14. November 2024 in deutschen Kinos startet. Und ich bin sehr gespannt, wie er aufgenommen wird und wie erfolgreich er sein wird. Denn Ridley Scott hat ja schon gesagt, so ein dritter Teil, vielleicht. Und ich denke mir so, ein dritter Teil, nee, lass mal. Ansonsten, was habe ich sonst noch zu sagen? Melanie könnt ihr auf YouTube folgen. Melanie Kali, da gibt es jede Woche schöne Videos. Schlager ist überall, wo es Social Media gibt. Das wird sie vermutlich gleich nochmal in Ausführlichkeit sagen. Ich bin's du vom Tele-Stormtisch. Mir müsst ihr nicht wissen, das reicht euch. Und ich danke euch fürs Zuhören. Dann darf die Melanie Tschüss sagen und dem Schluss, das gebührt natürlich, der Tribunen-Schlager. Tschüss. Ciao. Jetzt hast du es schon angeteasert, dann hänge ich meinen Werbeblog schnell hinten dran. Mich findet ihr überall auf Social Media unter the, englischer Artikel, theschlogger, auf schlogger.de oder meine Bücher im Schlogger-Shop. So, es klingt sehr schloggerisch. Und was klingt auch wie Schlogger? Schluss. Vielen Dank und viel Spaß mit der nächsten Besprechung. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stormtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.